Wir sind heute bei der Holzfrau Friedl GmbH in Niedersüßbach, einem Verarbeiter unserer Platten. Und wir gucken uns heute mal an, wie die unsere Platten genau anwenden. Aktuell sind sie dabei, Fertighäuser zu bauen und dafür die Bauteile herzustellen und verwenden hierfür Livingboard P5 und unsere MDF RWH. Wir holen jetzt den Herrn Brunner ab, unseren Ansprechpartner bei Holzfrau Friedl. Und der führt uns dann heute zusammen einmal durch deren Produktion. So, wir sind jetzt beim Holzfrau Friedl in der Werkstatt und der Stefan erklärt uns jetzt mal, was hierin mit unseren Platten passiert. Wir bauen momentan Deckenteile für ein Haus. Da ist drunter ein Holzrahmenbau hergestellt worden. Da geben wir die Livingboard Platten drauf, werden dann später geschossen, ausgeschnitten und gefräst. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Also nachdem da vorne jetzt quasi der Standard zusammenbaut worden ist und die Platte befestigt worden ist, haben wir gerade am Vorgang gesehen, wie sich das ganze Bauteil einmal umdraht, damit wir jetzt zum nächsten Schritt kommen. Genau, richtig. Jetzt haben wir es umgedraht. Jetzt baut der Flo zur Abspringung rein, damit er mit der Isoflop-Maschine die Isolierung reinblasen kann. Das, was ihr jetzt auch gesehen werdet, wie das ausschaut. Dann schauen wir uns das mal an. Außerdem wollen wir uns ansehen, wie die Holzbau Friedl GmbH unser Styleboard MDF RWH für die Beplankung von Holzständern für ein Dachbauteil einsetzt. Auch diese Platte für das Bauteil des Daches wird auf einer Unterkonstruktion befestigt. Hierzu werden die Platten nach und nach mit Hilfe der Nut und Feder aneinander gestoßen und dann aufgeschossen. Die Vorteile, die Styleboard MDF RWH hierbei gegenüber normalen Raufwasserplatten hat, sind für die Mitarbeiter ganz deutlich erkennbar. Eine einfachere und deutlich schnellere Montage und damit einhergehend eine viel höhere Effektivität. Dies ist im größeren Format der Platte, der immer gleichbleibenden guten Qualität und der Passgenauigkeit von Nut und Feder zu verdanken. Unsere Friedl-Holzwerthäuser haben einen hohen Ausflug an Qualität. Mit der Firma Pleidra finden wir einfach den idealen Partner, um diesen Qualitätsanzug richtig zu erfüllen. Die Eigenschaften der Platte hinsichtlich der Nachhaltigkeit, der ökologische Faktor ist für uns auch immer ausgleichend gewesen, dass wir hier die Produkte einsetzen. Einmal im Dach und einmal in den Deckenelementen. Die Zusammenarbeit besteht jetzt seit etwa drei Jahren. Wir sind bisher sehr, sehrfrieden. Wir möchten, dass das weiterhin so läuft. Wir waren vor einigen Wochen in Niedersiedbach bei einem unserer Verarbeiter. Die Friedl-Holzbau GmbH baut dort in ihrer Werkstatt Bauteile für Fertighäuser in Holzbauweise und setzen dabei unsere Produkte ein. Livingport und MDF RWH. Heute wird genau dieses Fertighaus aufgestellt. Und wir sehen uns live vor Ort auf der Baustelle an, wie dies passiert. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. Hier kommen wir gerade von der Baustelle zurück und haben uns gemeinsam mit Ihnen angesehen, wie ein Holzhaus in Fertigbauweise aus den Bauteilen aufgestellt wird und dabei wiederum unsere Produkte im Einsatz zur Geltung kommen. Und jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen blauer, sondern auch Sie. Bis zum nächsten Mal.